Hallo und ganz herzlich willkommen zu Herr Stroms Ursachen. Heute erzähle ich Ihnen eine kleine Geschichte von Hatern und Fanboys und warum diese Shitstorms, die immer dann auftreten, wenn eine vielleicht große Marke ein neues Produkt gelauncht hat, in diesem Fall eine Uhr, warum das gar nicht so zufällig ist, sondern nur Teil einer gut geölten und geplanten PR-Maschinerie. Welche Uhr könnte ich da im Moment wohl meinen? Uh, wir sind gespannt. Mein Name ist Bernhard Strom und ich bin heute mal wieder der PR-Guru Ihres Vertrauens, der sein gesamtes Marketingwissen mal wieder raushängen lässt. Und bevor ich alles andere raushängen lasse, was ich nicht tue, bleiben wir dabei. Wrist check. Was ist denn da so perfekt passend zu meinem heutigen Outfit an meinem Handgelenk? Sie werden es erkennen. Ich gehe trotzdem mal näher ran. Es ist eine Tudor Pelagos und zwar das Titan-Modell in einem wunderschönen Blau. Da ist auch normalerweise ein Titan-Band dabei, auch bei mir, aber auch dieses tolle Vintage-Lederband-Kontrastierend von Coriccia. Die Uhr, die Kombination einmalig dürfte bei mir im Moment noch im Shop zu finden sein. Deswegen gucken Sie einfach mal rein. So, bevor wir jetzt zum Aufreger der Woche, der letzten zwei, drei, vier, fünf Wochen kommen, Mann, Aufreger von meiner Seite. Was machen Sie überhaupt hier? Weil wir haben noch Wochenende, wir haben Freitag oder Samstag und eigentlich habe ich Sie jetzt gerade auf der Watchtime in Düsseldorf erwartet. Da bin auf jeden Fall ich. Ich kann das. Ich bin schizophrener Influencer, deswegen kann ich an mehreren Orten gleichzeitig sein. Aber Sie? Hm, ich bin verwundert. Wenn Sie jetzt aber schon mal da sind, dann können wir auch über etwas reden. Und zwar diese wunderschöne Uhr, die ja gelauncht wurde. Na, wir reden nicht über diese Uhr, weil wie sie aussieht, warum, wieso, weshalb, ist eigentlich völlig schnurzegal. Sondern wir reden einfach mal drüber, was im Umfeld passiert ist und das, was so zufällig aussah, doch sehr, sehr gut geplant war. Und damit zu tun hat natürlich dieser junge Herr. Das ist Thierry Stern, der Chef und Inhaber und überhaupt eigentlich alles von Patek Philipp. Warum er alles ist, weil er ja selber ja sagt, er ist 100 Prozent der Innovation, er ist 100 Prozent Design, also damit auch alles, was da gemacht wird, geht zu 100 Prozent über seinen Schreibtisch mit seinem Design-Team und mit seinen Entwicklern. Und jedes Kaliber mindestens so 50, 60 Prozent, das erfinde ich jetzt nicht, hat er in einem Interview gesagt. Also ist schon die Abteilung ein Stern, der meinen Namen trägt, ist schon die Abteilung toller Hecht. Keine Angst, ich höre auf zu singen. Ist schon die Abteilung toller Hecht. Und wir gehen mal ein bisschen so der Reihenfolge nach, weil ich ja gesagt habe, es gibt Mechaniken, es gibt Choreografien, die immer wieder zu erkennen sind und was das alles mit dem stromschen Gesetz zu tun hat. Dazu gleich. Also dieser Herr und diese Firma haben einen neuen Launch. Das heißt, sie haben eine neue Uhr vorgestellt, die Cubitus, wie es offiziell heißt. Cubitus ist französisch und heißt eckig. Und weil es so ist und er wusste damit eckig an. Deswegen hat er auch gleich ein bisschen was erzählt zum Thema Design. Warum, wieso, weshalb. Wie gesagt, er ist derjenige, der sich um das gesamte Design kümmert. Und so kam von Herrn Thierry, wie ich ihn nennen darf, folgende wunderschöne Aussage. Er sagte, ich laufe nicht mit dem Design zu den Kunden und frage nach ihrer Meinung. Ich arbeite auch nicht mit externen Designern zusammen. Das hat noch nie funktioniert. Zwei wirklich sehr interessante Dinge in dieser Aussage. Erstens, es schert ihn so gut wie überhaupt nicht, was seine Kunden wollen oder denken. Das ist die gute alte Patriarchenart und Weise, die auch im 21. Jahrhundert für Erfolg steht. Nicht für das Volk steht, die für Erfolg stehen wird. Und das ist klasse. Und das Zweite, was er gesagt hat, also dass er nicht mit externen Designern zusammenarbeitet, sondern wie schon gesagt, 100 Prozent kommt alles von ihm. Das hat den Erfolg bisher auch bei Patek. Philipp ausgemacht. Gut, dass es relativ erfolglos war bisher mit extern, sieht man an dieser Kombination des jungen Designers und der Uhr. Kein Mensch redet mehr von ihm. Kein Mensch redet mehr von seiner Uhr. Also gehen wir einfach mal in Medias Res. Und wir gucken uns an, wie das Ganze jetzt abgelaufen ist und nach welchen Mechanismen das abläuft. Ich erzähle Ihnen das jetzt. Das ist das sogenannte, ich sage es Ihnen gleich, es ist das sogenannte Streams Law, also Stromsgesetz, nachdem alles in dieser Art und Weise funktioniert. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ein oder zwei Fragen haben, wie geht das, wie funktioniert das generell Fragen zu allem, dann habe ich hier eine kleine Antwort für Sie. Ach, Schluss damit. Sie wissen, ich bin nicht der Typ für Selbstdarstellung und Selbstbeweihräucherung. Deswegen hier einfach mal ein ganz kurzer Break. Aber wenn so wichtige Dinge kommen, wie ich sage jetzt mal, da kommt eine neue Lunette bei Rolex oder ein Zifferblattfarbe bei der Nautilus wird einfach mal gelauncht oder die AP nimmt irgendeine Referenz. Also diese Dinge, die wirklich die Welt bewegen neben Krieg, Hunger und Not und Elend, die wirklich die wichtigen Dinge. Dann merkt man immer wieder, dass eins nach dem anderen passiert. Und das habe ich gerade gemeint mit Stromsgesetz. Gehen wir dem Ganzen mal auf den Grund und Sie werden sehen, dass das, was jetzt gerade mit der Cubitus passiert ist, dass das gerade ganz genau in diese Thematik reinpasst. Es fängt also an mit der Ankündigung. Ankündigung heißt, ein Unternehmen sagt, wir werden demnächst launchen zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einer bestimmten Messe, zum Geburtstag vom Firmengründer, keine Ahnung was. Also es kommt eine neue Uhr raus. Uh, Magic, Geheimnis, da möchten wir noch nicht viel davon verraten. Witzigerweise kriegt die Presse dann vorher immer schon alle Informationen rein. Da gibt es dann so einen kleinen Sperrvermerk. Bitte nicht bis zum 1. November, weil dann erst die große bla bla und tralala. Meine Frage ist, warum schickt man es dann der Presse nicht erst zum 1. November? Ich habe keine Ahnung. Also Punkt 1, Ankündigung. Bisher noch nicht viel passiert. Die Leute sagen, ich bin mal gespannt. Aber was dann immer passiert, ist ein Leak. Also ein sogenannter Hochverrat. Uh, irgendjemand plaudert Geheimnisse aus. Bei der Cubitus war das auch zwei Tage vorher, dass da die ersten Gerüchte, Bilder, uh, kann es sich um eine quadratische Uhr handeln. Oder Rolex macht das immer sehr gerne, dass vor der offiziellen Präsentation so dann, äh, so ein kleiner, kleines Video, äh, ein kleiner Werbeclip gezeigt wird mit, mit, ähm, kleinen Ausschnitten der neuen Uhr und, und alle, alle Kollegen stürzen sich drauf und sagen, das könnte ja jetzt sein. Guckt euch das mal an, das sieht ja aus wie, hu, ich lese daraus das und so weiter und so weiter. Also dieser Leak ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte, was auch immer passiert. Nun wird man sagen, ja, in der heutigen Zeit kann man nichts geheim halten. In der heutigen Zeit will man nichts geheim halten. Denn der Leak, also der Verrat, das aufdecken vorher, das ist ja gerade die Meldung. Denn beim nächsten Punkt werden wir sehen, hu, dann kommt's zum Launch. Das ist kein Mittagessen, wie die meisten von uns denken, ich bisher auch, sondern das heißt, an dem Tag kommt das Ding raus. Wird also vorgestellt. Es gibt einen Launch. Und da gucken jetzt alle Leute drauf aus zwei Gründen. Erstens, boah, hat mich interessiert, wie diese Uhr aussieht. Und zweitens, ha, stimmen wirklich die Sachen vom Leak, hu, wird heute vorgestellt. Wir sind mal gespannt, wie sehr ich recht hatte mit dem, was ich da vorher mir zusammengesponnen habe. Also wissen wir ganz klar, dass die Menschen, die vorher auf den Leak reagiert haben, jetzt auf jeden Fall nochmal auf den Launch reagieren werden. Boah, so viele französische Fremdworte, damit sie sagen können, ich habe ja doch recht gehabt. Also sind wir beim Launch, das Ganze kommt raus. Und dazu gibt es immer parallel die offizielle PR, also die offizielle Berichterstattung. Da gibt es tolle Texte. Warum, wieso, weshalb und wer das Ganze gemacht hat. Was man sich dabei gedacht hat, warum genau diese Form oder diese Lünette oder dieses Kaliber die Welt nun zum Guten ändern wird. Und dann ist sehr viel auch von Nachhaltigkeit die Rede. Und dass das schon immer und in der Tradition des Firmengründers und keine Ahnung was und bla bla bla. Also es gibt eine offizielle Berichterstattung. Das ist ein Teil, die offizielle PR. Und dann gibt es natürlich die Pressereaktionen darauf, die dann heißt, Moment mal, das ist aber ein Ding. Pressereaktionen heißt, die wenigen teiloffiziellen Medien, die es überhaupt noch gibt. Zum Beispiel Uhrenzeitschriften, die dann darauf reagieren in ihren Online-Medien oder auch immer mit zwei, drei Monaten Verspätung in den Printmedien, weil sie haben ja alles schon gehabt. Aber wurscht, egal. Sie haben es mal nochmal nicht auf den Appel gekriegt, das alles schon vorab abzudrucken. Und jetzt kommt eine offizielle Reaktion. Und das ist aber schön. Das ist aber prima. Das finde ich super. Das ist ein ganz großer Wurf. Und diese Reaktionen sind meistens sehr, sehr positiv. Denn die Presse lebt vom Wohlwollen auch der großen Hersteller. Denn die Hersteller schalten in deren Presseorgane, also der der Presse, deswegen heißen die ja Presseorgane, Leber, Lunge, Niere, schalten die natürlich auch die Anzeigen. Und deswegen sagt man da auch nichts Böses. Da kann man mal sagen, die Größe ist, hoffentlich kommt da noch was Kleineres. Oder man kann auch mal sagen, ja, die Schließe, die war aber bla bla tralala. So, ansonsten ist das alles lieb und nett. Und da kommen wir jetzt ins Spiel. Da kommen jetzt die Influencer ins Spiel. Also die Hater und die Fanboys. Diese beiden unvereinbaren Lager, die da aufeinander treffen und die sagen, ja, ist das ein Scheiß. So ein Mist habe ich ja im Leben noch nicht gesehen. Was soll das? Große Ankündigung und dann so ein Mist. Dann kommen Memes raus. Also lustige Bilder, wo das dann verglichen wird. Hab ich auch gemacht. Dann kommen Memes raus. Und dann, ja, dann arbeitet man natürlich sich an diesem neuen Modell ab. Und zwar für die eigenen Klicks, weil das im Moment der Hot Shit ist. Oder wie man früher sagte, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. The pick through the Dorf. Das ist heute der Hot Shit. Das gibt Klicks. Das ist eine prima Geschichte. Auf der anderen Seite nochmal die Gegenreaktion. Also das ist ja eigentlich schon toll. Das ist ja prima. Jetzt finde ich das aber doof. Also ein bisschen, wenn Hater Mainstream werden, was leider im Netz der Fall ist, dann ist die Positiven, die Befürworter, die Fanboys, die sind ja dann schon fast Outlaws, die sich gegen die allgemeine Meinung stellen. Aber das geht dann hoch her. Das geht dann in die YouTube-Videos. Das geht dann in die Livestreams. Und alle, alle, alle unterhalten sich drüber, über dieses eine Modell. Wem nützt es? Den Menschen, die sich drüber unterhalten, die Klicks kriegen und natürlich dem Unternehmen. Immer bedenken, wir sind hier bei den Gesetzmäßigkeiten der PR. Das nächste, was dann folgt, nachdem die Hater hier so zugeschlagen haben, ist, dass es natürlich eine Reaktion des Herstellers gibt. Weil er möchte natürlich auch auf dieser Welle reiten. Er möchte diese Welle auch lenken und dann ganz klar sagen, ja, Moment mal, ihr Hater. Und da kam auch unser Kollege, der Thierry, wieder zum Vorschein und sagte, Moment mal, ich möchte, ich möchte da auch etwas dazu sagen und zwar etwas ganz Schlaues. Die Hater sind meist Menschen, die nie eine Patek besessen haben und auch nie eine besitzen werden. Deshalb kümmert mich das nicht. Auch hier wieder die Menschlichkeit spricht aus jedem einzelnen Satz. Nach dem Motto, ihr kriegt keine Uhr, habt noch nie irgendeine besessen, werdet auch nie eine bekommen, wenn ihr böse zu mir seid. Und was interessiert mich sowieso ein potenzieller Kunde. Ich habe ja genügend, vielleicht alte, vielleicht neue, die sterben aber nie weg. Also ist es mir letztendlich wurscht egal. Daher kümmert es mich nicht. Nochmal, alles richtig gemacht. Eine richtig tolle Geschichte. Aber auch das ist kein Zufall, denn auch darauf gibt es wieder Love und Hate. Heißt also auch darüber explodiert wieder das Netz, dass die Menschen sagen, ja, der Thierry, der hat völlig recht. Ihr seid so böse zu dem. Dabei hat er sich so angestrengt und bemüht und hat so tolle Sachen gemacht und hat eckige Uhren gemacht. Das hat ja schon immer funktioniert. Warum seid ihr so böse? Gut, dass es mal jemand sagt. Gut, dass sich jemand wehrt. Dann kommen natürlich die Hater, die sagen, hey, Moment mal, das kann ja jetzt nicht sein. Jetzt erzählt er uns, dass wir ihn nicht interessieren, dass ich sowieso keine Uhr kriege. Was für ein Blödsinn. Ich habe zwei Uhren von Patek. Die habe ich doch vom Strand-Konzi bekommen. Hauptsache Konzi. Aber ich weiß davon, was ich rede. Ich bin ja kein Idiot. Und schon sind wir wieder riesig groß im Gespräch. Das ist also eine tolle Geschichte, bis dann die ersten Berichte kommen zum Thema Preise. Die kommen relativ flott. Nach dem Launch. Drei, vier, fünf Tage später mindestens. Und wenn so diese Love-and-Hate-Geschichte so ein bisschen am Abklingen ist, man muss ja das BR-Feuer immer befeuern und weiter am Laufen halten. Also kommen dann die ersten Berichte über die Preise. Sprich, wie hier, und das ist noch harmlos, dass dieses Teil in grün eigentlich nur 41.000 Ücken kostet, aber jetzt schon bei irgendwo 134.000 Euro steht. Das muss man sich mal vorstellen. So ein hässliches Teil. Und da steht es drin. Und das wird für die Uhr bezahlt. Und es könnte natürlich, also nein, es könnte natürlich nicht sein. Könnte es sein, dass ein Unternehmen selbst bei Krono24 oder irgendwelchen Plattformen dort eine Uhr reinsetzt und dann Preis dran schreibt von 200.000, 300.000, 400.000 Euro in der Hoffnung, dass es niemand kauft oder man sehr schnell sagen kann, ist ja verkauft, um dann zu beweisen, hm, jetzt guckt euch das mal an, was wir da Tolles gemacht haben, weil alle lieben das. Alle reden böses Zeug. Aber die Uhr steht auf einmal schon bei 200, 300, 400.000 Euro. Als wäre das eine Skala. Wir reden hier nicht von Aktien. Wir reden hier von keinem Index. Wir reden hier von frei erfundenen Zahlen. Von wem auch immer. Von irgendeinem Händler. Vielleicht vom Unternehmen. Vielleicht von irgendeinem Influencer, der selbst darüber berichten möchte. Sie kennen das. Wenn Sie heute leider in die Nachrichten reingucken, im Fernsehen, dort werden Sie dann zu bestimmten Dingen. Das Netz ist entsetzt und dann werden immer verpixelt irgendwelche Kommentare auf X oder auf Facebook oder sonst was gezeigt. Das sind doch keine Quellen. Das ist einfach nur Scheiß, den man da reinschreibt. Irgendwas, was man vielleicht selber vorne verzapft hat und reingekreuzelt hat ins Netz. Und dann zu sagen, ja, das entspricht aber der Meinung. Oder wir wollen Meinung machen. Guck mal, das Netz hasst jetzt Taylor Swift, weil die haben jetzt gerade geschrieben, keine Ahnung was, weil sich keine Uhr bei Herrn Strom gekauft hat. Ich weiß es nicht. Ich rück mich schon wieder auf. Also, wir haben hier als nächsten großen Aufreger die Geschichte, dass wir über Preise reden, dass das zum ersten Mal kommt. Und dann haben wir natürlich nur noch Hate. So, dann geht es noch einmal richtig los. Alle freuen sich. Das gibt es doch nicht. Jetzt stellt euch das mal vor. Es ist eigentlich schon lange weggegangen von der Thematik des Herstellers, Patek Philipp, von der Thematik der Uhr, der Cubitus. Jetzt hin zum Sozialneid. Hass. Wer sich das erlauben kann, der ist kein Sammler. Wer sich das kauft, der ist sowieso nur eine dumme Backe. Der kauft uns Sammlern, die wir bereit wären, 40.000 Euro für eine Dreizeigeruhr hinzulegen, weil sie das auf jeden Fall wert ist. Die kaufen uns die Uhren weg. Die machen uns die Preise kaputt. Das gibt es doch gar nicht. Hass, Hass, Hass. Das finde ich alles scheiße und finde das alles blöd. So, und dann irgendwann ist auch dieses Ding geritten, ist auch dieses Argument und diese Sau durchs Dorf getrieben. Und absolut, apropos Sau durchs Dorf treiben, kommen wir zum letzten Punkt. Dem Punkt 11, dem sichersten Punkt, dass die Geschichte jetzt vorbei ist. Jeder drüber geredet hat, über alles Mögliche, nur noch einer nicht. Das ist Herr Strom. Wenn also dann Herr Strom eine Berichterstattung über so ein Thema macht, dann wissen Sie, es ist wirklich vorbei. Dann muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Und da gehe ich dann letztendlich doch lieber auf die Watchtime. Vielleicht sehen wir uns da. Freitag bin ich da. Heute? Vielleicht stehen wir gerade zusammen und Sie grüßen mich. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine schöne Woche, eine schöne Messe. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, Sie haben eine Frage oder zwei. Er hat die Antwort für Sie. Alles, was Sie wissen, alles, was Sie sehen, was Sie sehen. Das Mann ist ein Ding. Es ist Minister's Dream. Das Mann ist ein Ding. Es ist für Sie. Es ist eine schöne M disapparende. Es ist eine Sitzung. Es ist ein Ding. 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 Vielen Dank.